das möglich zu machen. Gibt es da alternative Lösungen? Naja, Italien fängt jetzt an, mal eine Parallelwährung vorzubereiten mit den Mini-Bots. Ob das dann umgesetzt wird, ist die Frage. Natürlich, ich kann jede Währungsunion auch wieder auflösen. Natürlich gibt es da Kosten, ich muss das durchrechnen. Also eine Währungsunion, die atmet, die schlage ich seit zehn Jahren vor, dass also Länder auch wieder raus können. Wir müssten dringend das Wahlrecht reformieren, sodass nicht jemand aus Zypern oder Malta zehn bis zwölf Mal so viel Gewicht hat wie jemand aus Deutschland. Also das Prinzip One Man, One Vote, One Woman, One Vote. Dann diese Immunität von EZB und ESM, also frei von jeglicher Strafverfolgung. Also da hat sich eine wirklich abgehobene Elite gebildet. Es gibt ganz viele Dinge, die man anfassen müsste. Kernpunkt ist, dass wir deutsche Interessen definieren. Also das war auch in der Nachkriegsdeutschland selten der Fall, weil man immer gesagt hat, Deutschland und Europa sind eins. Nein, sind es nicht. Also wir brauchen Europa, aber wenn wir nicht sagen, das ist das deutsche Interesse, dann dankt man uns das nicht, sondern man misstraut uns vielleicht sogar, weil wir uns nicht offenbaren. Die Franzosen wissen klar, was ihre Interessen ist. Man muss das auf den Tisch legen und da muss man Kompromisse finden. Und das hat Deutschland lange versäumt und das wäre wichtig, dass wir das tun. Das klingt ja ein bisschen nach Germany first. Amerika hat immer America first gemacht. Besonders unter Obama, besonders unter Bush. Trump ist der Einzige, der es ausspricht. Also die Amerikaner waren viel geschickter, diese America first Politik unter dem Deckmäntlichen des Multilateralismus zu betreiben. Denn natürlich stellt man die Interessen des eigenen Landes erstmal voran und dann sagt man, das sind sie und jetzt, wie komme ich mit den anderen zusammen? Also ich kann ja nicht in vorauseilendem Gehorsam schauen, was wollen die anderen? Das will ich. Das willst du. Und jetzt gucken wir mal, wie wir zusammenkommen. Also das ist für mich ein völlig logischer und normaler Weg. Ich weiß, dass es eine schwierige Frage ist und vor allem auch eine sehr hypothetische Frage. Aber stellen wir uns vor, Sie wären jetzt von heute auf morgen Bundeskanzler. Also eigentlich will ich. Vielen Dank.